Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur mittlerweile schon 13. Folge von Minecraft schnell und einfach. Heute geht es um die End-Cities bzw. um die End-Siedlungen und was man sich dort alles cooles holen kann und damit wünsche ich euch viel Spaß. End-Siedlungen sind Strukturen, die auf den End-Inseln spawnen können. Es gibt am Ende ja diese Hauptinsel, auf der auch der Ender-Drache ist und ungefähr 1000 Blöcke um die Hauptinsel drumherum im Kreis gibt es dann erstmal nichts, aber danach gibt es dann wieder Inseln und auf diesen Inseln kann man zum Beispiel auch Chorus-Pflanzen finden und eben auch wenn man Glück hat End-Siedlungen. Und man kann sich da jetzt entweder einfach rüber bauen oder rüber fliegen, wenn man schon eine Elytra hat. Das sind wie gesagt so um die 1000 Blöcke, die man dann zurücklegen muss. Oder man benutzt einfach eins dieser neuen Portale, die gespawnt sind, wenn man den Ender-Drachen tötet. Dann gibt es ja zum einen dieses Portal, was einen wieder in die normale Welt bringt, aber es ist gleichzeitig auch noch ein anderes Portal gespawnt, was einen dann direkt zu diesen neuen End-Siedlungs-Inseln quasi bringen kann. Die End-Transit-Portale sind ziemlich einfach zu benutzen und zwar braucht ihr dafür einfach eine Ender-Perle und die werft ihr dann quasi auf den mittleren Block des Portals, wo man auch so eine Portal-Textur quasi hat und dann werdet ihr nämlich auf einer der weiteren End-Inseln quasi landen und dort gibt es dann zum einen wie gesagt die Chorus-Pflanzen und eben auch die Möglichkeit, wenn ihr da ein bisschen rumlauft, auch End-Siedlungen zu finden. Und übrigens, falls ihr nicht wisst, wie man ins Ende kommt oder das Portal findet oder den Drachen besiegt, dazu habe ich schon Videos gemacht, deswegen erkläre ich das jetzt hier nicht. Und dementsprechend, falls ihr dann noch irgendwie Tipps oder Hilfe braucht, könnt ihr gerne in der Beschreibung gucken, da sind die Links. Wenn ihr nun also euch entweder rüber gebaut habt oder eben eins dieser Portale benutzt habt, dann seid ihr eben auf diesen End-Inseln und dort gibt es zum einen die Pflanzen, die jetzt in diesem Fall nicht so spannend sind, aber wenn ihr halt ein bisschen rumlauft und euch vielleicht noch auf eine andere Insel baut, da gibt es nämlich sehr viele Inseln, dann gibt es eben die Möglichkeit End-Cities zu finden beziehungsweise End-Siedlungen. Und dafür müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr umherlaufen, weil die sind schon relativ selten, allerdings solltet ihr sie zeitnah finden, da man sie halt relativ schwierig übersehen kann, weil die meisten davon sind sehr hoch und sehr groß und breit und halt auch sehr auffällig und sie leuchten halt auch, das ist beim Shader ganz gut immer. Und die Cities an sich können relativ unterschiedlich groß sein, es gibt sehr kleine, es gibt aber auch sehr große, wie ihr hier in dem Beispiel seht. Und die End-Cities sind eben sehr gut, weil es da viele Gegenstände gibt, die halt schon sehr wertvoll sind, also wir sprechen hier über verzauberte Diamantrüstung und so weiter, also schon wirklich sehr coole Sachen. Und es gibt hier eben auch Sachen, die es halt sonst nicht in Minecraft zu holen gibt, zum Beispiel haben wir hier die Purpa-Blöcke, die sind, ja ich finde sie nicht so cool, aber falls ihr damit gerne bauen wollt, könnt ihr ja die natürlich hier abbauen. Und es gibt eben auch Elytren, die man sich hier holen kann, man kann sich hier den Drachenkopf holen und auch Schalker-Boxen. Bevor wir uns die Schalker-Boxen angucken, zeige ich euch hier noch einmal, welche Items man überhaupt alles in den End-Cities bekommen kann. Und zwar gibt es da natürlich auch Kisten, die man looten kann und in diesem Fall in den End-Cities gibt es da sogar richtig gute Sachen, also wie gesagt verzauberte Diamantrüstung, Diamantschwerter, Diamanten und so weiter und so weiter, Pferderüstung, Sättel, alles. Und das coole ist, dass die Verzauberungen sogar wirklich gut sind. Also hier zum Beispiel so ein Diamant-Harnisch hat jetzt nicht irgendwie Haltbarkeit 1 und Schutz 2 oder sowas, sondern die haben schon Maximalverzauberung teilweise. Also ich hatte hier zum Beispiel das eine Schwert, das hatte Sharpness 4 zum Beispiel, mit Mending und mit Looting 3 noch. Also das sind schon sehr gute Sachen. Und so sieht das dann eben auch mit den Eisen-Sachen natürlich aus, die auch verzaubert sein können. Und hier zum Beispiel in diesem Fall hatte ich jetzt irgendwie, ich glaube, vier verschiedene Sachen oder so, die sogar Mending hatten. Und das ist natürlich eine sehr gute Sache. Was aber noch cooler ist, sind die Schalker-Boxen und wie man die bekommt, das schauen wir uns jetzt mal an. Um Schalker-Boxen zu bekommen, müsst ihr Schalker töten. Das sind Monster, die so aussehen wie eben Schalker-Boxen, aber dann so aufgehen können und dann euch angreifen. Dabei, wenn sie euch angreifen, gibt es so einen Effekt, der heißt Levitating, also irgendwie schweben, hochschweben oder sowas in der Art. Der kann ganz cool sein, weil ihr halt die Türme dann ganz leicht nach oben gehen könnt, aber es ist natürlich auch sehr nervig. Irgendwie, wenn ihr halt gerade ein Schalker, der am Boden ist, töten wollt und ihr fliegt dann nach oben. Und wenn ihr den Effekt halt nicht haben möchtet, könnt ihr einfach Milch trinken, dann verschwindet der Effekt und dann könnt ihr halt die Schalker weiter töten. Und wenn ihr die Schalker dann tötet, am besten natürlich mit einem Looting-3-Schwert, gibt es eben die Möglichkeit, dass ihr Schalker-Schalen bekommt. Und wenn ihr zwei von diesen Schalker-Schalen benutzt und in die Mitte dann noch eine Kiste tut, dann bekommt ihr eine Schalker-Box. Schalker-Boxen sind jetzt so eine Art von Rucksack, beziehungsweise eine mobile Kiste, die ihr halt sehr kompakt, mit der ihr sehr kompakt viele Items transportieren könnt und ihr könnt sie halt mitnehmen. Das ist ziemlich cool. Also statt jetzt eine Kiste zum Beispiel voll zu machen, könnt ihr hier einfach die Schalker-Box voll machen, dann die Schalker-Box abbauen und die nimmt dann nur einen Platz in eurem Inventar weg, obwohl man quasi 30 verschiedene Stacks da drin haben könnte. Und dementsprechend ist das gerade im späteren Spielverlauf auch sehr praktisch, sowas zu haben, wenn man eben irgendwie ein bisschen weiter weg was Großes bauen möchte. Dann kann man natürlich sehr viele Dinge mitnehmen oder auch wenn ihr Farmen gehen wollt oder so weiter, dann habt ihr halt nicht diese Beschränkung, dass ihr nur euer Inventar voll machen könnt und dann müsst ihr nach Hause sein und ihr habt halt die Möglichkeit, noch viel, viel mehr Items mitzunehmen durch die Schalker-Box nehmen. Man kann die übrigens auch einfärben, das habe ich glaube ich eben auch schon gezeigt und wie gesagt, das sind halt schon sehr, sehr praktische und wertvolle Gegenstände, gerade im späteren Spiel von Minecraft dann noch. Und das war eigentlich so alles, was man über die N-Cities wissen muss. Im nächsten Video werde ich nochmal darüber reden, wie man denn den Drachenkopf und wie man die Elytra bekommt. Die gibt es nämlich auch in der N-City. Wenn ihr bis hier geschaut habt, könnt ihr gerne Hashtag N-City in die Kommentare schreiben und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, wie gesagt beim Drachenkopf oder bei dem danach. Das geht dann um die Elytren und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, ihr könnt etwas lernen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.